Also ich bin erstens einmal sehr stolz auf ihn, dass er es überhaupt durchgezogen hat, dass er so weit gegangen ist. Also es ist ein ganz komplett anderer Stadt Tobias. Es ist eine Erleichterung, nicht mehr so viel Gewicht mit sich rumzutragen. Ich habe jetzt etwa 210 Kilo abgenommen. Also Herr Maus ist sicher ein außergewöhnlicher Patient, eine Gewichtsreduktion von über 200 Kilo ist nicht der Standard. Er war so krank, dass man nicht mehr hätte viele Jahre warten sollen, um mit diesem ersten Schritt einzusteigen. Und los geht's, bitteschön. Das waren natürlich noch andere Zeiten. Weg, umholt? Ja. Alles weg. Und wieder rüberziehen. Wunderbar. Perfekt. Überrasch. Hier. 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 Da hat es mich ausnahmsweise einmal erwischt. Wieder zum Monitoren. Das hat mich aber oft erwischt. Hier. 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 Das ist schon immer ein Sinn. Ja gut, so kennt man den. Wenn man sich das dann schon anguckt, das sind wir alles. Genau, das hier. Also früher war er absolut kamerascheu. Er hat die Kamera schon von weitem gerochen. Heute lässt er sich ab und an doch mal fotografieren. Und er hat auch Spaß daran. Also Tobias war am Anfang eigentlich, wo er noch sehr übergewichtig war, sehr eingeschränkt. Also man hat gemerkt, jede kleine Anstrengung fällt ihm sehr, sehr schwer. Und mit Atemnot, was halt dazu gehört, mit Schwindel. Und er hat sich dann mit der Zeit dann doch durchgerungen, was zu tun. Man hat mit ihm mehrere Gespräche geführt und er hat es dann getan. Gott sei Dank, muss man sagen, sonst wäre er vielleicht heute nicht mehr da. Also ich bin erstens nochmal sehr stolz auf ihn, dass er es überhaupt durchgezogen hat. Dass er so weit gegangen ist, weil es waren ja keine kleinen Eingriffe, was passiert ist und was gemacht wurde. Ich bin sehr stolz, ich bin also selber eigentlich sehr glücklich darüber, dass er es gemacht hat. Weil Tobias als Freund zu haben, ein Freundeskreis allgemein, ist er sehr zu schätzen. Ich habe manche Zeit darüber gezweifelt, weil man kriegt es ja mit, wie er sich gibt, wie er sich benimmt. Und er war sehr zurückgezogen, wo ich gedacht habe, jetzt ist alles verloren, jetzt gibt er auf. Aber wie gesagt, durch die vielen Gespräche, Zuredungen und alles, es hat dann funktioniert, dass er es gemacht hat. Er ist ein absolut neuer Mensch, durch die OPs, durch die Selbsthilfegruppe, wo er geht, wo ich denke, man braucht es, um da rauszufinden. Aber er ist absolut ein ganz neuer Mensch, komplett. Also es ist ein ganz komplett anders, der Tobias, komplett anders. Es ist heute sehr einfach, er ist sehr spontan, heute auch was zu unternehmen. Wenn man anruft und sagt, Tobias, wollen wir was unternehmen, er ist dabei. Und los geht's. Danke. Und umrühren, genau. Weiter rühren. Nur rühren, bitte. Genau. Super, nochmal umrühren. Genau, dann machst du ruhig noch einen großen Löffel rein, sehr gut. Und einen zu dir. Danke. Stopp. Und los geht's. Ja, Tobias, was bringst du mit? Na wunderbar. Genau richtig jetzt. Ja. Na dann mal, guten Appetit. Ja, hast du gut gemacht. Schön frisch. Ja gut, ich kann's ja auch vertragen. Aber du ja mittlerweile auch wieder. Jetzt so langsam brauchst du. Doch, kommt sehr gut bei dem Wetter. Ja. Wann musst du jetzt wieder nach Wesseling? Lass, bevor ein Gespräch wird okay. Für die nächste dann? Ja. Zumindest schon sicher alles am Laufen. Ach. Ja. 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 Los geht's. mit, wenn man früher hat, ist, früher hat zu essen, lang, schon 150 Gramm. Und heute achtet man intensiver, dass man Eiweiß, Fett und so im richtigen Ausgleich hat. Und was man früher nicht gegessen hat, nicht darauf geachtet hat, da hat man gerade gegessen, was gekommen ist. Appetit ist noch da, aber so Chips und so, das Verlangen ist nicht mehr so groß wie früher ab und an mal. Was früher täglich war, ist jetzt wöchentlich etwa, also minimal geworden. Halten und einfach nur gucken, von links nach rechts, ja, das geht's. Und nochmal an die runterschauen. Und nochmal die Hose von links nach rechts. Und anschauen. Und nochmal hochhalten. Und nochmal nach unten anhalten. Genau. Los geht's. Einfach nochmal an die runterschauen, das T-Shirt nur angucken. Unfassbar, dass ich da mal reingepasst hab. Passe jetzt da zwei, dreimal rein. Mal gucken, ob ich noch einen finde, wo mit reingeht. Hä? Hä? Vielen Dank.